Salzburg gilt österreichweit als absoluter Vorreiter in Sachen Breitbandausbau. Schon 92,8 Prozent der Salzburgerinnen und Salzburger haben Zugang zum Internet mit mehr als 200 Megabit pro Sekunde. In diesem Jahr wird die Gemeinde Göriach im Lunga an das Lichtwellenleiternetz der Salzburger G angeschlossen und weitere Ortsteile von bereits versorgten Gemeinden werden erschlossen. Somit bietet die Salzburger G Breitbandausbau für alle Salzburger Gemeinden.